Die ungarische Künstlergruppe Max Intensity, der Publikumsfavorit der Schlosslichtspiele Karlsruhe, präsentiert in diesem Jahr Structures of Life, Strukturen und Architekturen des Lebens. Erzählt wird die Geschichte der Entstehung des Lebens, von der ersten Zelle bis zum menschlichen Pulsschlag. Max Intensity hat bereits Protection Mappings für das Bolshoi Theater in Moskau, das Brandenburger Tor in Berlin und das Parlamentsgebäude in Bukarest realisiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.